Boah, geh weg! Was ist der Boot? Ah, der ist weg! Dann ist er wieder falsch. Komm mal ins Oberboot auf die Zürich. Boah, der ist schwer. Geh weg! Was ist denn so gut? Geh weg! Oh, das ist der Boot. Sorry. Ok, keine gute Idee. Break her, unter! Ah, f***! Ah, ich glaube, wir nehmen, äh, so, äh, hier ist das normal, ähm, Reku, Reku, hier ist es, ja, genau, da anzuschalten, oha, aber das ist echt, äh, boah, Gänseholt, sag ich nur. Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Ah, okay, ich glaube, hier vorne ist der, äh, Generatorraum, der ist zu, äh, bis man die Pumpen aufgemacht hat, jetzt habe ich es verstanden, das heißt, wenn wir über die zweiten Pumpe waren, müssen wir nach links laufen, dann müssen wir eigentlich direkt zum, äh, Generatorraum kommen, da musst du eigentlich, wenn wir das testen jetzt einfach mal, so. Ich lasse auch jetzt mal kurz schnell die Cam an, also hier, äh, das Licht an. Jetzt sehen wir mal, wie wir das kommen. So, jetzt laufen wir nach rechts, vorne zu hinten, eben zu machen. So, das war hier an dem Pump vorbei, aber das ist jetzt gar nicht klar, sonst wäre es nicht so. So, und schnell die Front, die wir da haben. Das ist doch wieder fraglich. Wo ist das? Das ist die Stelle, wo wir hängen. Okay, um die rechts, blüffelst du mir. Sorry, doll. Hm. Ich würde sagen, äh, wir machen die, äh, wir aktivieren die zwei Pumpen und wenn wir diese zweite Pumpen angeschränkt haben, dann, äh, verstecken wir uns da erstmal. Maschine, ähm, ja, ganz, zwei Maschine. Okay, also noch mal ist dieses Spielchen. So. Also hier die Tür ist auf jeden Fall, äh, verschlossen. Das heißt, da muss eigentlich, logischerweise, dann weitergehen. Punkt Norm 1. Das heißt, bei der zweiten Pump ist ja eine Versteckung noch zu kurz. So. Das heißt, wir machen jetzt erst mal die Tür. Aktivieren die Pumpe. Warten, bis der Bob hier im Raum drin ist und dann auf die Stücke und schneiden. Wenn das Monster in die Tür reinkommt, dann sollten wir schnell weg. Das müsste eigentlich klappen. So. Das Licht aus. Okay. Okay, ich höre auf jeden Fall, dass... Ja, der ist der Fall. So. Okay. Ich weiß nicht, gleich gucken, was wir schneller nehmen, wenn ich beilaufen. Boah, was hat der da für ein Nagel? Voll länger. Ich hab keine Idee, wo, äh, wo stecken kann. Los. name. Im Problem ist, der geht jetzt direkt zu dem Generator, wzw. Und dann schreibt er dann mit, ja, und dann äh, hat er uns hier ins Wasser laufen, das ist das Problem. Für sich nehmen wir mal, stellen wir uns mal hier vorne lang. Ich bin mir nicht sicher, weil... Oh, der Hauptdienst hat uns. Hallo, geh weg! Okay, ich verstehe das nicht, normalerweise sind wir vorne. Vorne ist der Maschine, genau. Der wird mir nicht gewöhnt. Fuck. Okay, sorry, dass wir zuerst da haben, aber wir haben gar nichts mehr. Können wir mir nicht kurz zum Glück für die Stellen. Hm. Oh. Huh? Wo ist das? 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 Hier ist das Na guck mal, ob das klappt. Na okay, das ist jetzt nicht. Lauf so. Lauf so. Hm. Schlechte Idee. Hm. Was müssen wir eigentlich nur noch von den Mörder anschreiben? Ich muss aber kurz Tabulator tasten. Oh, Metizen. Ah, keine Metizen. Ah, Jungs, Impfmann. Mord und Hypnose. So. Okay, so. Kein Hinweis auf die Mission. Ziel, starte den Generator am Keller. Nein. Ah, keine Metizen. Ja, äh. Da müssen wir laufen klicken. Oh, aufpassen. In der vorne ist der Druck wieder. Hm. Was verwenden wir denn da hin? Nein, das ist die Verlust für mich. Das ist die Verlust für die Ernte. Alles klar? Das ist die Verlust für die Ernte. Was ist das für heute? Aufstehen. Ich bin jetzt am Trügel, wie bei der ... 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 So, hier vorne war glaube ich die erste Pumpe. Nein! Hier ist der Elektro-Round. Hier, oder? So. Hier ist der Machine Room. Hier ist der Machine Room. Das sieht doch gut aus. Schnell checken, ob es hier Batterien gibt. Nein. Kein Abo. Okay. ... 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 Boah, dieser Venkian, ich mag den nicht. Vor allem mitziköpfe Geweg. Boah, das ist cruiserlich. Nächstes Schnell, wir haben uns hier in der Karte schon hier auch schon ein paar viele Aガt-Ager vom Doris. Das ist die Geschichte. Wenn es hier existed, ist es nicht noch ein paar Jahre, es ist ja noch ein paar Jahre. Es ist ja noch eine Art-Agerung. Das war der Stuttgart-Ager, das ist doch nicht.